Das habe ich mir schon seit Jahren gewünscht. Wunderschönen guten Morgen. Ein Radio mit mehr Abwechslung und den besten Songs von allen Zeiten. Das ist aber noch nicht alles. Den spannendsten Moderatoren von Zürich. Mit einer grossen Redaktion mit erfahrenen Radiolig. Mit Roger Grosje, den heissesten Talkshow der Schweiz. Und mit Breaking News bei allen wichtigen Themen. Ich bin stolz. Es gibt eben nur ein Radio, wie Radio 1. und der Tusen раньше terrified. Der